Die Offenbarung des Korans in Arabien Die Offenbarung des Korans in Arabien Die Offenbarung des Korans in Arabien Die einfache Erklärung von dieser Passage ist ganz einfach Der Herr kam von Sinai Gott hat eine Offenbarung in Sinai gesendet Er hat in seiner Rechten ein feuriges Gesetz für sie Das heißt, er hat dort ein Gesetz offenbart Sinai bezieht sich auf Moses Seir in Palästina bezieht sich auf Jesus und die anderen Propheten, die dort gelebt haben Der letzte Ort, er strahlte aus dem Gebirge Paran Paran ist wie gesagt in Arabien der Wohnort von Ismail Und das bezieht sich nur auf den Propheten Mohammed Der Frieden des Herrn Jesus sei mit allen Jede Behauptung, dass Mohammed angeblich in den fünf Bücher Mose prophezeit wird Kann ganz schnell und leicht widerlegt werden Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben Denn von mir hat er geschrieben Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Johannes Kapitel 5, Vers 46-47 Mit Sinai, Zaya, Paran werden die Höhepunkte der Wüstenreise der Israeliten beschrieben Sinai ist der Beginn der Wüstenreise und Zaya das Ende Paran ist das Gebiet, wo die Israeliten zum ersten Mal auf dieser Reise gelagert haben Und Gott ihnen in einer Wolke erschien Da brachen die Israeliten von der Wüste Sinai auf Wie es die Ordnung für den Aufbruch vorsah Und die Wolke ließ sich in der Wüste Paran nieder So brachen sie zum ersten Mal auf Wie ihnen der Herr durch Mose befohlen hatte 4. Buch Mose Kapitel 10, Vers 12-13 Jesus hat auch keine Botschaft in Zaya bekommen Zaya war das Ende der Wüstenreise der Israeliten Und ist ihnen aufgegangen von Zaya Dann wendeten wir uns der Wüste zu Brachen auf und nahmen den Weg zum Schilfmeer Wie es der Herr mir befohlen hatte Wir utzogen lange Zeit das Gebirge Zaya Dann sagte der Herr zu mir Ihr seid jetzt lange genug um dieses Gebirge herumgezogen Wendet euch jetzt nach Norden 5. Buch Mose Kapitel 2, Vers 1-3 Mit ihm zur Rechten flammte vor ihnen das Feuer des Gesetzes Erinnerte Moses die zwölf Stämme daran Dass Gott in Feuer auf den Berg Sinai herabgestiegen war Unter Donner, Blitzen und Rauch Der ganze Sinai war in Rauch gehüllt Denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen Der Rauch stieg vom Berg auf wie Rauch aus einem Schmelzofen Der ganze Berg bebte gewaltig 2. Buch Mose Kapitel 19, Vers 18 Beersheba liegt im heutigen Israel Die Paranwüste, in der Abraham seine Hagar und Ismail schickte Ist auf der Halbinsel Sinai in Ägypten Alternativ wird die Paranwüste in Südjordanien erwähnt Da stand Abraham des Morgens früh auf und nahm Brot und einen Schlauch mit Wasser Und legte es Hagar auf ihre Schulter und den Knaben mit und ließ sie von sich Da zog sie hin und ging in der Wüste irre bei Bierseba 1. Buch Mose Kapitel 21, Vers 14 Im letzten Punkt zeigen wir, dass Paran in Arabien ist Wie gesagt, die Christen glauben nicht, dass es eine Prophezeiung ist Sie glauben, dass es sich hier auf die Exodus-Route bezieht Aber die meisten stimmen zu, dass der Struktur und Inhalt Der folgenden Passage in Deuteronomium Uns an das Testament Jakobs erinnern Das kurz vor Jakobs Tod gesagt wurde Siehe Genesis 49 Dort steht Und Jakob rief seine Söhne und sprach Versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird In künftigen Zeiten Der Grund, warum es an die Struktur und Inhalt an das Testament Jakobs In 1. Buch Mose Kapitel 49, Vers 1-27 Erinnert ist, dass Mose an dieses Testament erinnert Und einiges davon kurz wiederholt Mose hat uns ein Gesetz befohlen Ein Erbteil für die Gemeinde Jakobs Und er wurde König über Jeschuron Als sich die Häupter des Volkes versammelten Als die Stämme Israels sich vereinigten 5. Buch Mose Kapitel 33, Vers 4-5 Christen glauben nicht nur, dass es sich um die Exodus-Rote handelt Sondern die Bibel bestätigt es Vergleiche 4. Buch Mose Kapitel 10, Vers 12-13 5. Buch Mose Kapitel 2, Vers 1-3 In 5. Mose Kapitel 33, Vers 2 Wird zusammengefasst beschrieben Wo Gott den Israeliten erschienen ist Als diese von Ägypten nach Kanaren durch die Wüste wanderten Er strahlte aus dem Gebirge Paran Im Gebirge Paran erst rahlte Gott segnend über die Israeliten Paran ist die Wildnis zwischen Ägypten und Midian Der Landschaft südlich von Kanaren Und ca. 1000 Kilometer entfernt vom heutigen Mekka Jesus hat auch keine Offenbarung in Saja bekommen Wie es die Kinder Esaus mit mir gemacht haben Die in Saja wohnen Und die Moabiter, die in A wohnen Bis ich über den Jod-Ordan in das Land komme Das der Herr, unser Gott, uns geben will 5. Buch Mose Kapitel 2, Vers 29 Obwohl das muslimische Argument mit 5. Buch Mose Kapitel 33, Vers 2 Seit über 10 Jahren schon widerlegt wurde Versuchen es immer wieder neue Spezialisten Und glauben es merkt niemand Alle Reden Gottes sind geläutert Er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen Tue nichts zu seinen Worten hinzu Damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst Sprüche Kapitel 30, Vers 5-6 Ironischerweise suchen unsere lieben Muslime Ihren Mohammed vergeblich in der Bibel Doch was sie wirklich finden werden, ist Jesus Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint In ihnen das ewige Leben zu haben Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen Um das Leben zu empfangen Johannes Kapitel 5, Vers 39-40 Was? Was? Was?